Hallo und herzlich willkommen zu Folge 37 des Podcasts Mutmachgespräche – Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska und mein heutiger Gast heißt Regina. Dieses Teil 2 unseres Gesprächs. Falls du also den ersten Teil noch nicht gehört hast, spring doch bitte eine Folge zurück. Ansonsten geht's hier gleich direkt weiter. Viel Spaß mit dem zweiten Teil. Gut, und dann habt ihr gewartet und gewartet. Und dann war Mittagspause und dann gingen der Chefarzt und der Stationsoberarzt relativ zügig an uns vorbei. Ich habe zu meiner Mama gesagt, die sind da wegen mir. Und meine Mama so, was? Meinst du wirklich? Ich so, ja. Dann hat es nochmal eine Dreiviertelstunde gedauert und dann hat uns mein Onkologe quasi zu sich geholt. Ich meinte, es tut mir total leid, aber es ist wieder was da. Das ist erstmal so, wird erstmal alles schwarz. Und dann kamen auch erstmal die Tränen. Und ich habe das aber innerhalb von zehn Sekunden abgeschüttelt. Das hat den Arzt gleich ein bisschen erschreckt. Da habe ich gesagt, okay, was heißt das, wie geht es weiter, was ist zu tun? Ich bin sofort wieder in so einen Funktionsmodus gesprungen. Was vielleicht aber auch damit zu tun hatte, durch das, dass ich ja wusste, dass nochmal was kommen kann, habe ich in der Zwischenzeit so in meinem Kopf immer mal wieder so ausgemalt. Naja, was ist denn wenn? Und was musst du denn dann wissen? Was ist zu klären? Wie würdest du damit umgehen? Und das sind genau die Fragen, die ich ihm gestellt habe. Meine Mama saß völlig paralysiert daneben. Die war erstmal so, was hat der jetzt gesagt? Und ich habe mit dem dann erstmal, okay, die haben in der Zwischenzeit mit einer Fachklinik in Köln Kontakt aufgenommen. Die haben schon verschiedene Optionen abgewägt, was für mich jetzt halt irgendwie zur Auswahl steht. Und es war aber halt klar, ich werde über eine allogene Transplantation nicht rumkommen. Und es gibt ein neues Medikament, das in Deutschland noch nicht zugelassen ist, aber gerade im Zulassungsverfahren ist. Und sie möchten gerne, dass ich das bekomme, was aber eine Sondergenehmigung von der Krankenkasse braucht. Und die Klinik, in der ich jetzt war, durfte das aber nicht verabreichen, weil es ja noch nicht zugelassen war. Das heißt, ich musste an die Uniklinik, was ich zu dem Zeitpunkt erstmal blöd fand. Und dann ging es gleich weiter an die Uniklinik, weil wir da einen Termin mit dem Arzt hatten, der mit uns da ein Gespräch geführt hat und so. Und ja, der Arzt tut mir heute Abend noch ein bisschen leid, weil ich war dann nicht gerade die freundlichste Klientin, die man vielleicht haben kann. Aber in dem Moment, als der erfahren hat, dass ich gerade erst erfahren habe, dass ich transplantiert werden soll, hat der das für sich gut eingeordnet. Und dann konnte ich mich mit dem auch später wieder ganz gut zusammenfinden. Und die Ärzte, wie gesagt, die haben sich da auch wieder total viel Zeit genommen, mit mir zu sprechen, nochmal aufzuzeigen, was jetzt ansteht. Und eben durch dieses Medikament, das ich dann auch tatsächlich bewilligt bekommen habe und das ich dann bekommen habe, habe ich weiter studieren können, weil das alle drei Wochen eine Infusion war, wo ich dann einfach mal alle drei Wochen einen Tag gefehlt habe. Und ansonsten konnte der Tag und Alltag ganz normal weiterlaufen. Überraschenderweise ist mir mit dem Medikament die Haare wieder ausgegangen. Das war erst so dieses, oh, das ist so ein neues Medikament und da gehen die Haare dann nicht aus und dann ist da wenig Einschränkung, wenig Nebenwirkungen und so. Also ich habe dann erfahren, ich bin die dritte von tausend, denen die Haare ausgegangen ist aufgrund von diesem Medikament, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt dann auch schon sehr locker genommen. Es sind Haare, die kommen wieder, was soll's. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt, bin ich auf Mützen umgestiegen. Eine Freundin von mir hat deswegen extra zum Häkeln angefangen. Nett. Und dann habe ich verschiedene Mützen gehabt und habe die halt dann getragen. Und am Anfang ging mir da auch so ein bisschen der Humor verloren. Also ich fand dann, also habe mich dann auch in der Studiengruppe relativ zurückgezogen, ohne dass die Leute dann wussten, was genau los ist. Aber die haben dann schon gemerkt, naja, wenn sie erzählen will, dann kommt sie schon. Und dann war halt, konnte ich zumindest meine Theoriesemester fertig machen. Und war dann klar, dass ich nach der Transplantation nur noch meine Abschlussarbeit geschrieben, aber nur noch zum Schreiben war. Und ich habe das dann mit meinem Onkologen auch nochmal besprochen, weil ich erst gesagt habe, ich will das nicht und das muss vorher und so. Und der hat mir dann erklärt, naja, aber so eine Abschlussarbeit ist ja eigentlich auch wieder ein sehr guter Wiedereinstieg. Weil ich ja dann selber auch planen kann und selber organisieren kann, wie viel Zeit und wie viel Energie ich da dann habe. Und ich fand das dann auch so einleuchtend. Und er hat gesagt, ja, wenn es Probleme gibt, dass die Hochschule nicht mitmacht, dann soll ich Bescheid geben, dann redet er mit denen. Also das hat der Onkologe, also da auch nochmal, ich hatte immer tolle Ärzte und auch da mit der Hochschule bei dieser Typisierungsaktion. Da war ein Dozent dabei, der war da etwas skeptisch mit dieser Typisierungsgeschichte und hat da noch Fragen gehabt. Und dann bin ich mit meinem Zettelchen zu meinem Onkologen und habe gesagt, der möchte wissen, was für Studienlage und keine Ahnung was. Und plötzlich redet der Arzt in einer völlig fremden Sprache mit mir. Er hat gesagt, die haben das mit mir immer schön auf Deutsch gesprochen, plötzlich redet der medizinisch. Und dann schaut er mich so an, wie heißt der Dozent? Ich kläre das auf einem kurzen Dienstweg. Und dann hat er den angerufen, hat dem quasi das nochmal alles um die Ohren gehauen, warum das jetzt sinnvoll ist. Und dann war das auch gegessen. Und auch, wie gesagt, da, wie gesagt, wenn die Hochschule Probleme macht, soll ich mich melden, dann redet er mit denen. Aber du hast generell auch von der Hochschule Unterstützung gekriegt, ne? Unglaublich, ja. Also wie gesagt, die haben diese Typisierungsaktion gestemmt. Dann auch die einzelnen Dozentinnen, die haben zum Teil mal Laden verkauft, um diese Typisierungen zu finanzieren. Die haben Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Und auch eine Dozentin, die hat mich über all die Jahre auch regelmäßig immer wieder im Krankenhaus besucht. Und die hat einmal gesagt, ja, sie kommt am Wochenende nochmal vorbei. Und dann kam sie irgendwann am Sonntagabend und hat gesagt, sie hat mir doch versprochen, dass sie vorbeikommt. Und die haben immer Kontakt mit mir gehalten. Die haben mich immer unterstützt. Und denen war das auch echt wichtig, dass das gut läuft. Und auch da immer gesagt, dass sie halten mir alle Optionen offen, dass ich auch zurückkommen kann, dass ich das in meinem Tempo machen kann. Da habe ich sehr, sehr viel Unterstützung auch von öffentlicher Seite da dann einfach bekommen. Und dann hat es ein Stück gedauert, bis sich ein Spender gefunden hat, ne? Ein passender. Wobei, genau, also wie gesagt, 2011 war das ja mit diesen Typisierungsaktionen, da war niemand mit dabei. Eben. Und dann, als ich 2012 eben das zweite Rezidiv hatte, haben die dann einfach auch diesen Suchradius erweitert. Die haben dann nicht mehr nur in Deutschland gesucht, sondern dann auch in ganz Europa gesucht. Und letzten Endes wurde meine Spenderin in Amerika gefunden. Und die passt aber auch nur zu 80 Prozent. Also die hat keine 100 Prozent Passung gehabt. Und dann war aber der Punkt erreicht, wo sie gesagt haben, gut, das müssen wir halt dann medikamentös so ausgleichen und dann nehmen wir die. Und dann haben wir die genommen. Und stand je im Raum die Info, wenn ihr keinen Spender findet, wie es dann weitergeht? Diese Option gab es nicht. Sehr schön. Mittlerweile reichen 50 Prozent von der Passung her. Also da weiß man einfach mittlerweile ganz viel. Und da war aber, das war nie eine Option zu sagen, wir finden keinen Spender. Also wir haben da vielleicht mal kurz drüber gesprochen, aber da gab es nie, die Option war nie eine realistische Option. Ich persönlich habe mich sehr gefreut, als ich erfahren habe, dass ich meine Blutgruppe behalten darf. Weil das tatsächlich so ist, wenn das blutbildende System ein anderes ist, das eine andere Blutgruppe produziert, dann bekommt der, der die Spende bekommt, auch eine neue Blutgruppe. Was manchmal, also was ich total faszinierend finde, dass das so möglich ist. Aber ich durfte meine behalten. Triumph im Gesicht, ihr Lieben. Das waren so die kleinen Erfolge. Und da bin ich auch wieder mit wesentlich mehr Optimismus reingegangen, also bei der Zweitdiagnose. Und vor allem, da war auch wieder das Thema, es geht um Heilung. Es geht darum, gesund zu werden. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwas aufschieben, sondern es geht darum, dass, wenn wir damit fertig sind, das Kapitel abgeschlossen werden kann. Und das hat mir einfach nochmal viel Mut und viel Auftrieb gegeben. Wir sind jetzt im zweiten Durchgang gar nicht mehr auf dieses Familienplanungsthema eingegangen. War das beim dritten, jetzt in der dritten Runde schon erledigt? Ja, also das war beim zweiten Mal schon so, dass wir, oder dass ich einen Termin in der Kinderwunschklinik gemacht habe, mit der, mit denen ich das da besprochen habe und die Ärzte, mit der ich da gesprochen habe, die war sehr direkt, was im ersten Moment sich nicht so toll angefühlt hat. Aber ich war ihr sehr, sehr dankbar. Also das war so ein, es ist so kurze Zeit zwischen den Chemos. Der Körper konnte sich nicht erholen. Es macht auch keinen Sinn, diese schützende Spritze zu geben. Das wäre reine Geldverspendung. Das hat die tatsächlich so gesagt, wo ich erst mal auch da saß, so dieses, wow, krass. Und dann meinte die aber, aber es gibt andere Optionen. Es gibt Eizellspenden und es gibt Embryonenspenden. Beides in Deutschland nicht erlaubt. Aber sie meinte, sie wären überrascht, wie viele solche Kinder hier in der Stadt auch unterwegs sind. Also diese Embryonenspende war bis Anfang diesen Jahres so eine rechtliche Grauzone und wurde auch praktiziert, die sogenannten Eisflockenbabys. Aber da gab es jetzt scheinbar eine Gesetzesänderung, sodass die jetzt eben auch nicht mehr erlaubt sind. Das heißt, dass man über das Ausland gehen muss, um so Eizellspenden und so zu kriegen. Oder eben auch Adoption oder so. Da gab es zu einem späteren Zeitpunkt dann auch eine Phase, in der ich mich da recht intensiv damit auseinandergesetzt habe. Und deswegen war das dann aber auch für die dritte Runde keine Diskussion mehr. Also da war dann klar, dass da erst mal nichts zu machen ist. Das heißt, dein Körper blieb dann quasi in den Wechseljahren? Genau. Bis heute. Was ja auch heißt, nicht nur keine Schwangerschaft, sondern auch keine Periode und so weiter. Ganz genau. Hattest du da irgendwann Zeit, darüber nachzudenken, was das bedeutet? Oder warst du mehr mit Überleben beschäftigt? In den Phasen selber, da ging es rein ums Überleben. Da war das so ein, wenn ich jetzt nicht mich darum kümmere, zu überleben, dann hilft es auch einem potenziellen Kind nichts, weil eine tote Frau ist dann auch keine Mutter mehr. Ich mag deinen Pragmatismus. Aber irgendwann muss das Thema werden, oder nicht? Das war dann danach auch nochmal Thema. Also auch nach der Transplantation, da habe ich mich einfach viel mit Adoption auseinandergesetzt. Also auch erst mit diesen Eizellspenden. Ich habe dann auch wirklich mir die Seiten von den Kliniken angeguckt, wo man das machen lassen kann. Also das ist in Dänemark, Großbritannien, Spanien, keine Ahnung wo noch, überall. Und da bin ich aber so abgekommen davon, dass das eine Option für mich ist, weil mein Immunsystem ist ja ein komplett fremdes Immunsystem, das ja sehr empfindlich auf Fremdkörper reagiert. Und bei einer Schwangerschaft, wenn es meine eigene Eizelle ist, dann ist es ja 50 Prozent fremd und 50 Prozent eigen. Und bei einer Eizellspende sind das 100 Prozent fremd. Und da war halt für mich nicht so ganz klar, wie geht denn der Körper damit um, wenn da jetzt seit neun Monaten lang so ein kompletter Fremdkörper ranwächst. Darum war das immer so ein bisschen, also ein bisschen eine heikle Sache. Aber der Vorteil ist, du musst halt nicht verheiratet sein. Partnerschaft reicht aus. Und dann habe ich mich auch mit Pflegekinderwesen auseinandergesetzt. Ich habe mich auch mit Adoption auseinandergesetzt. Hatte da auch mal ein Gespräch mit der Dame aus der Adoptionsstelle. Und das wäre dann für mich einfach so ein Weg gewesen. Allerdings habe ich mich ein paar Jahre nach der Transplantation einfach von meinem, mein Freund und ich haben, wir haben uns getrennt. Und damit war das dann auch erst mal vom Tisch. Und auch jetzt im Moment ist es so, dass ich mir mein Leben so eingerichtet habe, dass das jetzt ein Kind zu kriegen echt viel Aufgaben oder Aufgeben bedeuten würde. Also ich müsste da echt viel aufgeben, egal ob es mein Job ist oder mein Alltag oder so, dass es für mich jetzt im Moment eigentlich völlig in Ordnung ist, keine Kinder zu haben. Ja, spannend. Das Thema begleitet uns ja durchaus auch durch mehrere Podcast-Folgen. Und das ist ja nochmal ein völliger Unterschied, ob man keine Kinder bekommen kann. Also ob diese Option überhaupt nicht besteht oder ob die Option da ist. Es prinzipiell möglich ist, dass es aber dann nicht klappt. Also ich habe da für mich auch tatsächlich Trauerarbeit geleistet. Also ich hatte da, weiß nicht, als Jugendliche schon auch immer den Plan, ich kriege mal drei Kinder und meine Tochter wird so heißen und mein Sohn wird so heißen. Und das dann aufzugeben, das hat echt wehgetan. Und das war auch eine intensive Auseinandersetzung mit dem, was ist denn mein Leben ohne Kinder, wie schaut das denn aus. Und da hat es aber auch tatsächlich Begleitung von außen gebraucht. Ich habe mir dann einfach jemanden gesucht, mit dem ich so verschiedene Themen bearbeiten konnte. Ich habe, also weit vor der Trennung, einfach auch nach der Erkrankung, war das auch immer wieder Rauungsthema mit dem damaligen Partner, der einfach da andere Vorstellungen hatte als ich auch. Was mich da ja auch schon gezwungen hat, mich damit auseinanderzusetzen. Wie ist das denn jetzt, wenn der eine andere Vorstellung davon hat, wie das gemeinsame Leben aussieht, weiß ich. Genau, also das war dann immer, also immer mal wieder dann, das kam dann auch immer in so Wellen. Zeit war es auch relativ obsessiv, ehrlicherweise. Aber jetzt, also im heutigen Stand, ist das für mich völlig okay. Cool. Ich würde dir gerne tausend Fragen stellen und dich löchern. Aber ich bringe deine schöne Chronologie ständig durcheinander. Och. Ich schiele auch auf die Uhr, wir haben echt schon einen Viertelstunden. Aber ich beschließe an dieser Stelle einfach, dass mir das egal ist, sollte es zu lang werden, machen wir halt zwei Teile draus. Und ihr Lieben, ihr könnt ja, wie wir das bei Stella letztens schon hatten, in Etappen hören. So, zurück zur Chronologie. Ihr habt eine Fremdspenderin gefunden. Ja. Gut, und dann? War eigentlich für Ende Februar der Termin geplant. Allerdings hatte ich dann einen leichten Infekt, sodass die Transplantation verschoben werden musste. Und dann war am 7. März die Transplantation. Das heißt, die Spenderin, der wurde vor Ort die Stammzellen entnommen. Was keine Operation mehr sein muss. Auch an der Stelle nochmal kurze Aufklärungsarbeit. Sondern die hat Medikament gespritzt bekommen, das einfach die Bildung von den Stammzellen anregt. Und dann wurde das über eine Blutwäsche entnommen. Dann in einem hübschen Infusionsbeutel gesammelt. Und das wurde dann direkt per Flugzeug nach Deutschland geschickt. Und ich habe in der Zeit die Hochdosis-Chemo bekommen. Und das war halt dann auch klar. Das finde ich so ein bisschen gruselig. In dem Moment, als die diese Infusion, diese Chemo angestellt haben, da gibt es halt dann kein Zurück mehr. Ab dem Moment ist es so, dass die das blutbildende System kaputt machen und du ohne Transplantation nicht überlebst. Genau. Ging aber alles gut. Dieser Beutel kam pünktlich an. Das ist eine total gruselige Vorstellung. Also wenn das mit dem Flug oder irgendwas nicht geklappt hätte, wäre es das gewesen. Oder auch wenn die jetzt an dem Tag sagte, sie ist schwanger und sie kann nicht spenden. Oder keine Ahnung. Krass. Ja. Und genau, der Beutel kam. Es gibt auch ein hübsches Foto von meinem Transplantat. Und dann hängt das wie eine Bluttransfusion an dem Ständer und wird wie eine Infusion verabreicht. Also ich war dann verkabelt mit, keine Ahnung, allen Messgeräten am Monitor und so. Und durch diese Hochdosis-Chemo war es aber dann auch so, dass der Körper da echt zu tun hatte. Also einmal aufzustehen, auf die Toilette zu gehen, sofort ein Puls von 216 und so. Und wenn der so hochgeht, dann steht sofort Pflegepersonal da. Ja. Und dann, während diese Transfusion eben mit diesem Transplantat gegeben wird, ist auch ein Arzt die ganze Zeit dabei, um einfach sofort reagieren zu können, falls du irgendwie eine allergische Reaktion zeigst, falls du da irgendeinen Schock hast oder so. War bei mir nicht so. Deswegen habe ich mich mit meinem Arzt dann über Australien und reisen und keine Ahnung was unterhalten. War ganz nett. Und dann, wenn die Infusion drinnen ist, also fertig ist, heißt es wieder warten. Und zwar auch wieder eben diese zehn Tage, bis das anfängt, dass die Blutwerte wieder steigen. Und drei Wochen, bis dann wirklich das wieder funktionsfähig ist. Genau jeden Tag werden die Blutwerte gemacht. Und wenn die Thrombozyten nicht passen, das heißt, wenn die unter 1,5 sind, dann darfst du auch beim Sportprogramm in Anführungszeichen nicht mitmachen. Dann darfst du dich tatsächlich nicht mehr als nötig bewegen, weil der Körper das nicht verkraftet. Erinnerst du dich an dein Gefühl zu dem Zeitpunkt? Warst du da überzeugt, das wird alles gut? Das war es jetzt dann? Also das war es jetzt dann im Sinn von Kapitel abgehakt, ab jetzt geht das Leben weiter. Das war ein viel zu weit gefasster Gedanke. In dem Moment ging es erst mal nur um den nächsten Tag. Und erst mal, also ich war ganz fest dran zu arbeiten, dass ich halt wirklich jeden Tag selber, und wenn es nur zwei Löffel Milchreis sind, die esse, damit der Magen beschäftigt bleibt, damit das Immunsystem nicht den Magen angreift. Also da ist man so mit dem einzelnen Körperteilen zum Teil, andererseits auch mit sich selber beschäftigt, da hast du keine Zeit, um irgendwelche Zukunftspläne zu schmieden. Also das habe ich so in den Zwischenzeiten gemacht oder wenn es mir mal psychisch nicht so gut ging. Aber zu dem Zeitpunkt war das in der Früh darauf zu warten, wie sind die Blutwerte, was sagt der Arzt, was darf ich, was darf ich nicht. Und ansonsten hast du halt entweder geschlafen oder, also ich habe dann viel geschlafen, oder ich hatte halt dann auch immer mal wieder Besuch und war halt einfach nur damit beschäftigt, von Tag zu Tag zu überleben. Und dann ging das aber auch immer besser und besser. Und dann wollte ich aber nicht sofort heim. Und bin dann erst mal nach drei Wochen auf Reha gegangen. Die mussten mich dann einmal in der Woche immer trotzdem nach Regensburg zurückbringen, dass sie ihre Untersuchungen machen können. Da bin ich dann einmal auf dem Parkplatz ohnmächtig geworden, kurzzeitig. Also da gibt es tausend kleine Anekdoten wahrscheinlich, die man da noch so mit anbringen könnte. Aber da bin ich immer von Tag zu Tag. Und dann nach und nach war es dann auch wieder der Fokus anders. Also da konnte ich dann auch den Fokus dann langsam wieder anders ausrichten. Ein ganz großes Ziel von mir war, nachdem wir die ersten beiden Jahrestage im Krankenhaus verbracht haben, dass der dritte und der vierte Jahrestag eben nicht mehr im Krankenhaus stattfinden. Und das habe ich auch geschafft. Also ein Jahrestag von? Von der Beziehung mit meinem damaligen Partner. Genau, das war eine Woche vor dem ersten Jahrestag habe ich ja meine Erstdiagnose bekommen. Deswegen haben wir den ersten Jahrestag im Krankenhaus verbracht. Eine Freundin von mir hat uns damals noch Postkarten und Bilder mitgebracht und Picknick ins Krankenhaus gebracht, damit wir unseren Jahrestag im Krankenhaus feiern konnten. Der zweite Jahrestag war dann auch schon wieder im Rahmen von der Transplantation auch wieder im Krankenhaus. Den dritten Jahrestag, den haben wir tatsächlich zu Hause verbracht. Und den vierten, das war dann eben nach der Stammzelltransplantation, wo dann auch so ganz, das stand dann auch auf der Kippe, wo ich da sein werde. Zum Jahrestag bin ich daheim und da werde ich auch zu Hause bleiben. Und das war es dann aber auch. Und das haben wir dann auch so geschafft. Und ich war seitdem auch tatsächlich nicht mehr stationär. Cool. Das war für mich immer ganz wichtig dann. Jetzt könnte man ja meinen, du kommst aus der Reha raus und es beginnt so langsam ein alltägliches Leben. Dem ist nicht so, ne? Wenn man keine Ahnung hat, wie das Leben abläuft nach einer Transplantation, erklär doch mal. Also es gibt eine Uniklinik, die haben ein extra Team dafür, die Brückenpflege. Schöne Grüße da an der Stelle. Die begleiten den Übergang von der Zeit im Krankenhaus in die Zeit nach Hause. Die haben da auch eine schicke Broschüre von über 70 Seiten, die sich allein nur mit Ernährung beschäftigt. Weil, meine Schwester hat das so schön zusammengefasst, am besten, man vergisst alles, was man über gesunde Ernährung gelernt hat und man ist auf dem richtigen Weg. Also keine Vollkornprodukte, nichts frisch vom Bio-Bauernhof, am besten alles so industrialisiert und steril verpackt wie möglich. Am Anfang war das auch so, die Packungen durften nur 24 Stunden geöffnet sein, bevor ich die wegschmeißen musste oder bevor ich die nicht mehr selber essen durfte. Egal, ob Marmelade oder Brot oder keine Ahnung was. Ja, wir haben dann über einen Großhandel dann so Portionspackungen organisiert. So kleinen Hotel-Marmeladen. Ja, genau. Das ist so die erste Phase. Danach kommt so eine Phase, okay, du darfst drei Tage lang quasi offen haben, also zum Beispiel auch Milch oder so Sachen. Und nach drei Tagen musst du die halt dann erst entweder jemandem anderen geben oder entsorgen. Und dann gibt es eben nochmal eine Woche und dann darfst du allmählich wieder alles. Es gibt auch so eine ganze Liste an, also die haben bestimmte Marken einfach getestet und gesagt, okay, die sind von der Keimbelastung her so in Ordnung, dass man die essen kann. Und dann aber auch so Sachen wie Salat geht nicht, weil der ist einfach, auch wenn du den wäscht, zu Keimbelastet. Und es gibt so, wenn man in tropische Länder fährt, ja so diese Faustregel, schäles, koches oder vergisses. Und genau das war in dem Fall auch so das Punkt. Also entweder du kannst es schälen, also Bananen konnte ich essen, Gurken kann man schälen oder du kochst es halt. Und am besten kochst du es tot. Also am besten frittiert und totgekocht und lange im Ofen, lange in der Pfanne. Am besten immer nochmal fünf Minuten länger, als auf der Packung draufsteht. Und dann ist es in Ordnung. Und das hast du wie lange machen müssen? Eineinhalb Jahre. Grausam. Man gewöhnt sich tatsächlich an alles. Spannend war, als diese Regelungen dann zurückgefahren worden sind und ich dann mit Leuten beim Einkaufen war. Ich habe da so manchen, glaube ich, echt erschüttert, wenn ich immer so, oh mein Gott, was ist los? Was ist, fehlt dir irgendwas? Mir ist gerade eingefallen, ich darf wieder Erdbeeren essen. Oder ich darf jetzt auch wieder das essen. Und das kam mir dann erst so nach und nach wieder auf, was ich eigentlich alles verzichtet habe, mit dem Ergebnis, dass ich halt dann alles gegessen habe. Und zwar immer. Und dann auch erst mal auch mit dem Cortison gut an Gewicht zugelegt habe. Also ich habe auch extrem auf das Cortison reagiert. Ich habe mich selber im Spiegel nicht mehr anschauen wollen. Ich bin immer nicht so nett im Humor zu mir selber. Ich habe gesagt, ich sehe aus wie so ein Sumoringer-Baby. Es gab so ein Video zu der Zeit, wie so ein kleines asiantisches Baby, das geraucht hat und auch ewig viel. Ich hatte so ein Babyface und aber einfach auch, wie gesagt, wie so ein Sumoringer. Genau. Und da habe ich sehr drunter gelitten auch nochmal. aber war klar, das wird wieder besser, wenn das Cortison wegkommt. Und aber eben mit diesem Ding, dieses, boah, ich darf jetzt wieder essen und dann dieses Cortison, das ja auch dieses, kein Sättigungsgefühl mehr gibt, musste ich danach, als das alles abgesetzt war, auch erst wieder richtig essen lernen. Wann habe ich Hunger? Was ist gesunde Ernährung? Ich darf jetzt wieder Frühkornbrot essen. Ich darf jetzt auch wieder das und jenes machen. Salat ist jetzt auch wieder in Ordnung. Also das hat eine Weile gedauert und da musste ich tatsächlich richtig nach Planen und also Essen planen und dann auch mir ganz bewusst gesunde Sachen auch suchen, um da wieder in den Rhythmus reinzukommen. Und aber auch ansonsten war so, ja, was für Kochgeschirr darfst du verwenden? Wird auch reguliert, also nichts aus Holz, weil Holz ist dann einfach zu keimig. Oder Maske, wir kennen sie jetzt alle, die schicken FFP2-Masken, waren für mich Standard, sobald mehr als zehn Leute in einem Raum waren. Ich hatte auch ganz lange tatsächlich Panikzustände, wenn einfach zu viele Leute da waren, also große Plätze, Konzerte oder so. Das war für mich einfach richtig Stress. Und einfach, da gab es so eine ganze Reihe an Verhaltensregeln. Ich durfte nicht ins Schwimmbad, ich durfte nicht in die Sauna. Auch mit der Sonne, da muss ich heute noch aufpassen. Schutzfaktor 50 ist quasi Minimum, weil wenn ich einen Sonnenbrand kriege, ein Sonnenbrand ist eine Immunreaktion und ich muss halt aufpassen, dass ich das Immunsystem nicht unnötig reize, weil es kann sein, dass das dann ausrastet und einfach alles angreift, was es findet. Genau, das ist auch so ein bisschen die Schauergeschichte, die auch unter den KMT-Patienten oder den Knochenmarkstransplantationspatienten kursiert. Es gab auch Fälle, wo jemand nach zehn Jahren nicht aufgepasst hat, einen fetten Sonnenbrand gekriegt hat, eine Abwehrreaktion bekommen hat und dann gestorben ist. Also das sind so Sachen, die begleiten mich auch heute noch, aber die waren damals halt einfach noch viel, viel massiver und auch in einem größeren Ausmaß und viel mehr Aspekte im Leben auch betroffen. Gib mir nochmal einen Zeitplan, das ist jetzt wie lang her, dass du nach Transplantation entlassen wurdest? Das wird dieses Jahr acht Jahre. Wie lange liefen die Kontrollen? Ich hatte letztes Jahr meine letzte große PET-CT, also das ist nochmal ein besonderes bildgebendes Verfahren. Genau, und das war immer je nachdem, wie die Blutwerte sind. Also am Anfang waren die wirklich wöchentlich, dann zweiwöchentlich, dann monatlich, dann alle drei Monate, dann ganz lange sechsmonatig und wenn dann aber irgendwie den Blutwert nicht gepasst hat, haben die mich dazwischen nochmal reinbestellt und ab diesem Jahr sind es jetzt wirklich jährlich. und auch diese ganz große speziell auf Lymphom ausgerichtete Nachsorge war jetzt eben letztes Jahr die letzte große Untersuchung und jetzt habe ich die ganz normale Krebsvorsorge, weil ich jetzt einfach ein gewisses erhöhtes Risiko habe, an irgendeiner anderen Krebserkrankung zu erkranken. Deswegen habe ich halt einmal im Jahr einen Ärzte-Marathon, wo ich beim Hautarzt bin, beim Kardiologen dieses Jahr erstmal wieder, dann beim Ultraschall, Schilddrüse, Zahnarzt, was auch immer und die dann einfach alles checken und dann ist wieder gut. Muss ich fast ein bisschen hysterisch grinsen. Ausgerechnet 2020 hast du deine letzte große Untersuchung und dann kommt Corona. Genau. Stimmt. Den Zusammenhang habe ich noch gar nicht gesehen. Das sind so ein paar zeitliche Sachen, wo ich lachen muss, auch dass du nach der letzten wirklich ausgebrochenen Krebserkrankung deine Abschlussarbeit schreibst. Finde ich mega witzig. Was vom Zeitpunkt so ist, jetzt aber tatsächlich Abschluss. Genau. Aber wie ging es dir dann mit Corona? Ich habe am Anfang, ich habe beim ersten Shutdown wirklich so noch so Witze gemacht, naja, kenne ich ja, ich habe das ja schon alles geübt. Für mich ist das ja, ich bin ja ein alter Hase, was das geht. War da auch komplett im Homeoffice den ersten Shutdown über. Also das ist schon noch so, dass du dann als Risikogruppe giltst oder nicht schon. Genau. Einfach auch mit dem Hintergrund eben fremdes Immunsystem und wenn das übermäßig gereizt wird, wissen wir nicht, wie es reagiert. Genau. Und wenn das einfach mal überreagiert, sag ich mal, weißt du, also ich personifiziere das Immunsystem immer so ein bisschen, aber wenn das dann ausrastet und dann einfach nicht nur gegen die Krankheitszellen geht, sondern dann gegen alles geht, was Fremdkörper ist und dem dann eventuell wieder einfällt, dass mein Körper ja auch nicht sein Körper ist, das ist einfach dieses Risiko, dass wir nicht eingehen möchten. Also weder ich noch meine Ärzte, mit denen ich da auch immer wieder gut im Kontakt bin. Deswegen muss ich da an bestimmten Punkten immer ein bisschen vorsichtig sein. Bin auch mittlerweile geimpft und ja, aber im Moment bin ich, weiß nicht, ein, zweimal, zwei, dreimal die Woche sogar vor Ort in der Arbeit und ansonsten halt im Homeoffice und ja. Bevor sich jetzt jemand wundert, du bist jetzt nicht jetzt schon geimpft wegen deiner Vorerkrankung, sondern weil du in einer entsprechenden Einrichtung arbeitest, ne? Das ist der Vorteil, ja, genau. Ich habe schon erst überlegt, ob ich mich impfen soll, weil ich weiß ja nicht, Körper könnte ja auch blöd auf die Impfung reagieren und da aber auch in enger Absprache mit meinen Onkologen, mit meinen Ärzten so dieses, ja bitte, weil Corona wäre in dem Fall für das Immunsystem das größere Problem und dann haben wir eben einen Impftermin tatsächlich in der Einrichtung organisiert und da habe ich mich dann mit impfen lassen, weil Krebspatienten kommen glaube ich jetzt dann erst dran. Ja, deswegen habe ich es jetzt nochmal nachgefragt, ich weiß jetzt noch gar nicht, wann wir die Folge ausstrahlen, aber mit Sicherheit in den nächsten Wochen. Ja. Ja gut, lassen wir das? Ich frage das deshalb auch, weil wir ja im Vorfeld schon geredet haben und ich das ganz spannend fand, was du da so gesagt hast in die Richtung Vertrauen zu deinem Körper. Reden wir darüber noch ein bisschen. Ja, 90 Prozent der Zeit freue ich mich, was mein Körper mittlerweile wieder alles kann. Also acht Stunden Arbeitstag funktioniert, mit jeweils Stunde pendeln funktioniert. Ich merke aber schon auch immer noch, dass ich einfach meine Pausen brauche nach stressigen Zeiten. Ich brauche auch mindestens achteinhalb Stunden Schlaf. Das ist auch sowas, was ich mir da durchbehalten habe. Und es gibt aber auch immer wieder Situationen, wo ich merke, dass ich meinem Körper Sachen nicht zutraue. Also, dass er bestimmte Erkrankungen oder bestimmte Situationen nicht meistert. Das ist, was ich war sehr, sehr lange sehr wütend auf meinen Körper auch, weil er einfach in meinen Augen versagt hat. Wieder und wieder. So dieses, die erste Erkrankung, okay, passiert. Also da einfach noch diesen experimentellen Aspekt noch mit dabei. So dieses, okay, krasse Selbsterfahrung, aber passt. Und das zweite Mal fand ich aber schon nicht mehr so lustig. Also das war so ein, das war anders vereinbart. Ich habe alles gemacht und du funktionierst trotzdem nicht. Und diese Wut habe ich sehr, sehr lange mitgenommen und auch diese Enttäuschung und dieses Misstrauen einfach tatsächlich. Dieses, mein Körper kann das nicht, was er eigentlich können sollte. Jeder andere kann das. Warum kann das meiner nicht? Und das hat sehr, sehr lange gedauert und habe auch heute noch immer mal wieder Situationen oder Phasen, wo ich einfach tatsächlich sage, ich bin mir nicht sicher, wie weit ich dir über den Weg trauen kann, dass du das wirklich auf die Reihe kriegst. Ganz spannend. Auch dazu hatten wir jetzt einige Folgen mit an sich völlig anderen Thematiken, aber der gleichen Reaktion. Und auch da wieder denke ich an Anja, die von ihrer Neurodermitis erzählt hat oder auch Sophie mit dem unerfüllten Kinderwunsch waren noch mehr. Das sind jetzt die ersten beiden, die mir einfallen, die auch diese Schlussfolgerungen ziehen. Mein Körper, der Sack, macht nicht, was ich will, obwohl ich doch alles richtig gemacht habe. Und bei beiden und auch bei dir klingt es jetzt ähnlich, als ob ihr den Körper quasi getrennt von euch betrachtet. Ich habe zu Sophie damals gesagt, ja, wer ist denn du? Also dein Körper bist du offensichtlich nicht. Wer bist du dann? Magst du ein bisschen erzählen, so nach deiner Auseinandersetzung mit deinem Körper, mit deiner Identität, auch was dir da geholfen hat? Weil das klingt ja jetzt nicht komplett negativ, auch wenn du sagen kannst, du freust dich an deinem Körper oder traust ihn in großen Punkten schon, halt noch nicht komplett. Was mir geholfen hat, wie gesagt, die Auseinandersetzung in ganz verschiedenen Arten, also nicht nur eben, nicht nur reden, sondern eben auch das Malen oder ich habe dann auch eine Heldenreise gemacht oder bin gerade dabei, die große Heldenreise zu machen, da einfach ganz viel Körperwahrnehmung, auch so Körperarbeit finde ich auch immer wieder klasse, die ich im Alltag dann doch immer mal wieder schnell vergesse oder schnell fallen lasse. Aber das sind so Punkte, die ich da ganz gut fand und ja, ich habe wie gesagt eine sehr bildhafte Sprache mir zurechtgelegt und aber auch generell so Visualisierungen und so Techniken, mir Bilder, so Metaphern zu suchen, das hat mir, also das hat mir auch sehr, sehr geholfen. Und das hilft mir auch heute noch, wenn ich jetzt immer mal wieder so einen Bodyscan mache oder so oder wenn ich bestimmte Untersuchungen im Krankenhaus habe, mache ich gleichzeitig so einen Scan im Körper und dann kommen einfach Bilder und die gleiche ich dann zum Beispiel auch mit dem ab, was mir der Arzt dann danach erklärt, was er gesehen hat. Und da gibt es immer sehr spannende Übereinstimmungen, das finde ich immer ganz cool. Das hilft mir halt ganz massiv und da sind wir auch schon drauf gekommen, dass ich sehr unterschiedlich berichte und erzähle. Also wenn es um so diese medizinischen Fakten geht, dann rutsche ich ganz schnell in eine Mann macht das so oder Mann hat dann das so und so. Und wenn es dann um so persönliche Sachen geht oder diese Bilder, die ich sehe, dann ist das selbstverständlich, dass ich von mir und von ich rede und da dann aber auch natürlich meinen Körper mit meinen. Einfach auch dieses, bei diesen Visualisierungen, die meine Freundin am Anfang mit mir gemacht hat, da ging es auch drum, bei so einem Bodyscan drum, naja, wenn der ganze Körper wie ein Orchester ist und da sind halt einfach nur einzelne Medikamente, einzelne Instrumente, die verstimmt sind. Dass es dann nicht das ganze Musikstück ruiniert, sondern dass man dann sich, oder dass ich mich dann einfach mit den einzelnen Instrumenten auseinandersetzen kann und die wieder stimmen kann. Und das sind Bilder, die auch wieder helfen, dass ich mir gegenüber nicht so streng bin und dass ich meinen Körper auch nicht so verurteile. Sondern auch so dieses, ist okay, der tut sein Bestes und auch so nach der Transplantation oder nach diesen Erkrankungsgeschichten, also auch zu sehen, mein Körper zeigt mir halt ganz klar meine Grenzen auf. Wenn ich da zu viel mache, wenn ich da zu viel Gas gebe oder wenn ich zu wenig Pausen mache, mein Körper hat dann einfach keine Toleranz mehr gezeigt, sondern dann war ich halt einfach fertig und konnte mich nicht mehr aufraffen, irgendwas zu tun, sondern da musste ich einfach schlafen. Und wenn es halt mal eine Zeit gegeben hat oder Tage gegeben hat, wo ich dann 20 Stunden geschlafen habe, dann war das so, weil das der Körper gebraucht hat und das aber generell sehr viel entschleunigt hat. Und dann einfach so diese Zusammenhänge für mich auch nochmal klar zu machen, das hat mir geholfen oder auch, dass mein Körper mir ja einfach nur aufzeigt, so dieses da, da gehst du gerade über deine Grenzen und wenn du jetzt quasi im Gesamten nicht langsamer machst und besser auf dich aufpasst, dann mache ich das. Also auch so diesen Körper nicht mehr als Feind zu sehen, das ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Erkenntnisschritt für mich gewesen, der da auch ganz viel Frieden wieder reingebracht hat. Ich habe das ganz viel über Aufstellungen gemacht, über Aufschreiben, Listen schreiben und eben auch, wie gesagt, diese Visualisierungsübungen und Körperarbeit auch. Körperarbeit und Gestalttherapie sind eine echt gute Möglichkeit. Total. Also auch die Heldenreise, ich kann sie nur empfehlen. Auch für Leute ohne Krebs. Und sie leuchtet dabei. Warte, jetzt überlege ich wieder, weil wie gesagt, ich würde dich jetzt am liebsten noch fragen, was das mit deinen, also mit deiner Beziehung gemacht hat, wie das deine Familie gestärkt hat und so weiter. Die Zeit haben wir jetzt heute leider nicht, um in jeden einzelnen Bereich nochmal reinzuleuchten. Ich passe aber zusammen, dass es total schön ist zu sehen, was du da so für ein Netz hast, was für ein Umfeld, die wirklich, naja, durch alles mitgegangen sind. Total. Freude und Leid. Also ich hatte Freundinnen, die tatsächlich auch so direkt nach der Transplantation dann gekommen sind und ich musste einmal die Woche Bettwäsche wechseln, durfte das aber selber nicht tun. Eine Freundin gekommen, hat das gemacht. Eine andere Freundin, die kam und hat halt einfach mal die Wohnung sauber gemacht, weil ich durfte ja nicht, ich durfte den Müll nicht runterbringen. Das sind diese ganzen Fallen. Dann kam jemand, der das gemacht hat, weil mein damaliger Partner unter der Zeit halt einfach auch nicht da war, weil er auswärts gearbeitet hat. Und da einfach da so ein Netzwerk zu haben, das da einfach sehr unterstützend mit dabei war, das hat ganz viel geholfen und hat einfach ganz viel unterstützt. Total schön. Ich würde gerne zum Abschluss noch auf einen Punkt kommen, den wir auch im Vorfeld schon mal angesprochen hatten, bevor die Mikros an waren. und zwar das Thema Leben, Überleben, Erleben. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also ich habe während den Erkrankungen gerade so zweite und dritte Runde als auch danach bin ich in so einen Überlebensmodus reingeswitcht. Da ging es jetzt nicht darum, große Lebensträume zu erfüllen oder ein erfülltes Leben zu haben, sondern erstmal schlichtweg am Leben zu bleiben. Und das ist etwas, was mir ganz lange sehr schwer gefallen ist, aus diesem Überlebensmodus rauszukommen, um dann in dieses Lebens und in die Lebensfreude wiederzukommen. Wir haben dann immer so über, ich sage, das Ja zum Leben, das ist immer wieder so ein Thema bei mir. Einfach auch, weil im Hinterkopf immer war so dieses, ja jedes Mal, wenn du dich wieder darauf eingelassen hast, kam der nächste Hammer und jedes Mal nochmal schlimmer. Und das ist etwas, was wirklich lang gedauert hat und was ich auch heute immer mal wieder habe, so dieses, okay, jetzt bin ich halt wieder im Überleben, statt so die Fülle des Lebens zu genießen. Und da brauche ich immer wieder so Ankerpunkte beziehungsweise plan mir dann auch bewusst Sachen rein, wo ich weiß, die machen mir Freude, die machen mir Spaß und die funktionieren dann in der Regel auch echt gut, wo dann der Körper mit dabei ist, wo die Seele mit dabei ist, wo der Geist mit dabei ist, wo dann einfach alles so im Einklang ist. Und das ist dann, weiß ich nicht, bei mir stelle ich immer wieder fest, das Tanzen, egal ob Paartanz oder einfach ein Stück Musik rein, gerade statt Raucherpause, wie andere mache ich in der Arbeit dann einfach meine Tanzpausen oder eben, ja, es Malen, dann die Zeit mit meiner Familie, ich bin mittlerweile stolze Tante und da auch da zu sehen, wie die Kinder aufwachsen und wie die sich freuen, wenn ich komme oder so. Oder eben auch die Zeit mit meinen Freunden, egal ob wir uns zum Essen treffen, zum Picknicken, zum Spazierengehen, zum Spieleabend oder so, ganz egal. Also da diese gemeinsame Zeit, auch zu sehen, wie die anderen sich entwickeln oder wie der, was so ihre Lebensgeschichten dann so mit sich bringen und einfach immer wieder so Projekte zu machen, Geschichten schreiben, dann, also da, da habe ich sehr viel Spaß mit dabei und das hilft mir dann auch immer wieder so ganz bewusst eben in diese Lebensfreude auch zu gehen und dieses Überleben zu sagen, ja, das war eine Strategie, das war nötig und jetzt darf ich aber den Fokus auch wieder weiter öffnen und darf auch wieder so voll im Leben sein und darf das auch wieder genießen und darf da auch mich wieder so ein bisschen fallen lassen. Ja. Also da auch die Kontrolle wieder abgeben. Ich habe das tatsächlich mit relativ vielen Klienten als Thema, die irgendeine Art von traumatischen Erfahrungen gemacht haben und das können jetzt Krankheiten sein oder andere, die dann irgendwann eben beschließen, sterben will ich nicht, aber Leben ist ziemlich gefährlich. Genau. Ja, und die sagen dann zwar Nein zum Sterben, aber eben nicht Ja zum Leben und dieser Zwischenzustand ist auf Dauer echt anstrengend, weil schnell lähmend und letztendlich unbefriedigend, weil der Sinn so fehlt. Also was da vielleicht auch noch so ist, ich habe halt ganz viel Selbstbestimmung abgegeben für diese Zeit, in der ich krank war, da habe ich die Verantwortung und alles, was mit mir gemacht worden und so was da passiert ist, an die Ärzte abgegeben. Wenn die gesagt haben, das und das macht Sinn, entweder, also ich habe mir das dann nochmal erklären lassen, sodass ich mitgehen konnte, aber letzten Endes musste ich darauf vertrauen, dass die wissen, was sie tun. Und dann, danach ging es erstmal darum, wieder selbstbestimmt zu leben, also selber zu bestimmen und da ist es natürlich auch so, dass ich dann so die Kontrolle ungern abgebe. Wenn ich jetzt so dieses Ja zum Leben, das ist halt was Unberechenbares, du weißt halt nicht, was kommt. Du kannst nicht alles kontrollieren und nicht alles selbstbestimmen, was da auf dich zukommt. Und das dann wieder da loszulassen und zu sagen, okay, dann gebe ich halt diese Kontrolle dahingehend ab und schaue, was auf mich zukommt und reagiere halt dann einem da drauf. Das ist nochmal ein Schritt, da merke ich auch jetzt gerade, also da werde ich nervös. Also das löst Stress aus. Ja, acht Jahre sind nix, ne, nach deinem Krankheitsmarathon. Und du sagst, wir sind in Jahr acht danach. Das ist ja sehr legitim, dass da noch Luft nach oben ist. Ja, aber es passiert immer öfter, dass ich mich da drauf einlassen kann und dass ich da einfach auch wirklich schöne Begegnungen habe, auch mit Menschen, die ich bis jetzt noch nicht kannte und das wird. Sehr schön. Das ist jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Ich bremse mich jetzt selber und frage dich nicht noch tausend Dinge. Eine letzte Frage erlaube ich mir noch. Was macht dein Leben heute besonders lebenswert? Das sind, glaube ich, so ganz viele kleine Sachen, die ich halt so im Alltag auch wahrnehme, wo ich mich auch immer wieder zwischendrin bewusst drauf konzentriere. Aber zum einen natürlich auch wirklich wieder selbstbestimmt leben zu können, dann auch Entscheidungen selber treffen zu können. Dann eben das Tanzen. Da bin ich immer wieder schwer begeistert davon. Die Zeit mit meinen Freunden, die Zeit mit meiner Familie und ich wiederhole mich, die Heldenreise. Einfach, die macht einfach zu viel Spaß. Schön. Also hat sich das mit der Heilung gelohnt, ja. Ja, definitiv. Gut, ich danke dir sehr für deine Offenheit. Das hat Spaß gemacht. Das war ein sehr schönes Gespräch. Auch total cool zu sehen, wie viel wir da miteinander lachen können, obwohl es so ein schweres Thema ist. Also ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen. Und die meisten unserer Hörer und Hörerinnen werden jetzt davon nicht selber betroffen sein. Aber Krebs ist inzwischen einfach nicht so weit weg, dass die allermeisten dann doch jemanden kennen. Und da hast du heute einen total schönen Einblick gegeben, so in bestimmte Prozesse. Also nicht nur medizinisch, sondern eben auch, was dann in dir so abgelaufen ist. Da vielleicht noch wirklich den letzten Tipp. Redet mit den Leuten, die betroffen sind. Fragt. Also für mich war es immer am einfachsten, wenn ein Thema auf war, wenn eine Unsicherheit da war, die klar anzusprechen. Ich habe immer alles erklärt, was ich erklären konnte. Und dann einfach auch wieder Raum zu schaffen für Themen, die nichts mit der Erkrankung zu tun haben. Und das hat meinen Freunden geholfen. Und das hat mir einfach geholfen, um mich selber auch nicht nur als Krebspatientin zu wahrzunehmen, sondern einfach, ich bin immer noch Frau, ich bin immer noch Mensch, ich bin immer noch die Regina, die einfach auch gerne lacht und auch andere Themen hören mag und auch mitkriegen mag. Und das war immer so der beste Weg. Ich hatte auch Freundinnen, die gesagt haben, sie recherchieren selber nicht, sondern sie verlassen sich darauf, dass wenn was zu wissen ist, dass sie das von mir erfahren, um mich einfach nicht anders zu behandeln. Und da bin ich bis heute total dankbar darum, dass wir das so gehandhabt haben und da das einfach nur ein Aspekt war und nicht mehr nur alles war. Sehr schön. Ich danke dir. Gerne. Ihr Lieben, wenn ihr kommentieren möchtet, wenn ihr Feedback geben möchtet zu dieser Folge oder auch, wenn ihr noch Fragen habt, die darf ich weiterleiten an dich? Klar. Oder wenn ihr vielleicht von eigenen Erfahrungen berichten möchtet, schreibt gerne, meldet euch entweder per Mail an post at franziska-ivanov.de oder über die Profile der Mutmachtgespräche auf Instagram und Facebook. Ich kriege an dieser Stelle jedes Mal einen Knoten in die Zunge. Ich nerve mich damit selber, aber ihr Lieben, es gehört dazu, wenn ihr entweder an die Regina noch Fragen habt oder einfach helfen wollt, dass der Podcast ein bisschen bekannter wird. Schmeißt mit Herzchen und Empfehlungen um euch. Ihr Lieben, danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr euch heute so viel Zeit genommen habt. Dann hören wir uns nächste Woche. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.